Hallo! Heute möchte ich ein weiteres Screencast-Tool vorstellen. Dieses Screencast-Tool heißt RecordMyDesktop. Zu finden ist es unter der Adresse recordmydesktop.sourceforge.net. Installiert wird es bei Fedora wie eh und je entweder mit Piroot oder im Textmodus mit Adminrechten mit dem Tool YUM. Als Beispiel installiere ich es mit Piroot. Ich klicke also auf Anwendung, klicke auf Software hinzufügen, Entfernen, gebe das Admin-Passwort ein, OK, benutze den Reiter Durchsuchen, klicke drauf, gebe ein RecordMyDesktop, benutze den Button Suche, markiere jetzt die Pakete, die ich installieren möchte, einmal RecordMyDesktop und einmal das grafische Interface dazu, GTK minus RecordMyDesktop. Wenn jetzt den Button Anwenden an, dann klicke ich auf den Button und weiter. Jetzt werden die Pakete heruntergeladen und installiert. Okay. Dann kann ich jetzt einmal das grafische Interface anwenden. Ich klicke auf Anwendung und da Haltungsmedien, klicke auf GTK minus Record MyDesktop. Einstellungen sind zu finden unter dem Button erweitert. Ich kann die Videoqualität, schonmal die Audioqualität, wie ich das möchte, einstellen. Links wähle ich den Bereich, den ich aufnehmen möchte oder markiere ein bestimmtes Fenster. Unter Speichern unter, lege ich die Aufnahmedatei fest. Standard ist out.org und ganz am Ende mache ich die Aufnahme, indem ich auf den Button Aufnahme klicke. Die Aufnahme stoppe ich, indem ich hier auf das Quadrat rechts oben einmal klicke. Die Aufnahme kann ich mir jetzt anschauen, indem ich auf Anwendung, Unterhaltungsmedien und auf den Videoplayer klicke. Jetzt wähle ich die Datei, die ich mir nochmal anschauen möchte. In meinem Homeverzeichnis die Datei out.org. Ich klicke auf den Button hinzufügen. Und jetzt kann ich mir die Aufnahme nochmal anschauen. Oder die zweite Möglichkeit. Ich wende im Textmodus den Befehl Record MyDesktop an. Ich klicke also auf Anwendung, Systemwerkzeuge, Klicke auf Terminal. Einstellungen sind zu machen mit Optionen. Optionen kriege ich zu Gesicht. Wie soll es auch anders sein mit der Optionen. Ich gebe also ein Record MyDesktop. Leerzeichen minus minus. Help. Enter. Mache ich keine Option, also lege ich keine Werte fest. Werden die Standardwerte genutzt. Also es reicht für eine Aufnahme. Record MyDesktop. Enter. Die Aufnahme beende ich mit der Tastenkombination Steuerungstaste und C. Diesmal wurde das Ganze nicht in die Datei out.org geschrieben, sondern da es die Datei schon gab. In die Datei out.org.1. Die kann ich mir wiederum wieder anschauen mit dem Videoplayer. Totem wäre das. Also ich gebe ein Totem, Leerzeichen und dann wieder die Datei out.org.1. Gut, dann viel Spaß bei den Aufnahmen. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Tschau.